Ich lerne Deutsch. Nummer 14.939 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hast du die Frau mit dem Gewehr gesehen? Was macht sie hier? Hast du die Frau mit dem Gewehr gesehen? Was macht sie hier? Ich möchte zuerst darüber nachdenken, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe. Ich möchte zuerst darüber nachdenken, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe. Ich empfehle dir, diesen Text vor dem Absenden noch zu ändern. Ich empfehle dir, diesen Text vor dem Absenden noch zu ändern. Ich empfehle dir, diesen Text vor dem Absenden noch zu ändern. Der Raum wurde hermetisch abgeschottet, um die Sicherheitsprotokolle einzuhalten. Der Raum wurde hermetisch abgeschottet, um die Sicherheitsprotokolle einzuhalten. Der Raum wurde hermetisch abgeschottet, um die Sicherheitsprotokolle einzuhalten. Der Raum wurde vollständig abgeriegelt, um den Sicherheitsbestimmungen zu entsprechen und keine unerlaubten Zugänge zu ermöglichen. Training und Fitness sind für mich wichtige Dinge, auf die ich in meinem Leben nicht mehr verzichten möchte. Training und Fitness sind für mich wichtige Dinge, auf die ich in meinem Leben nicht mehr verzichten möchte. Verrate mich nicht! Es soll ein Geheimnis zwischen uns bleiben. Verrate mich nicht! Es soll ein Geheimnis zwischen uns bleiben. Verrate mich nicht! Es soll ein Geheimnis zwischen uns bleiben. Ich bin auf Diät. Mein Mittagessen besteht aus einer Tomate und zwei Karotten. Ich bin auf Diät. Mein Mittagessen besteht aus einer Tomate und zwei Karotten. Ich bin auf Diät. Mein Mittagessen besteht aus einer Tomate und zwei Karotten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren Und gib uns bitte ein Like